Das Apfel ist los. Reicht gut, du brauchst dich abnehmen. Ne, ne, ich mach's ja auch nicht weg. Noch einmal winken gleich. Scheiß, bitte! Nimm die, die geht unter das Kinn, die sind gut. Ist es der Schlüssel? Aha? Das Flüssig-Schnitzel, ja. Und die Currywurst. Ja, die Currywurst kriegst du am Strand drüben. Okay. Ich sag mal Windstärke 1. Was zeigt der bei dir? Ich habe jetzt Wind, Geschwindigkeiten, 6 Knoten. Strömungsrichtung und Strömung. Na, hier ist es. Tja, Wartepause. Da kommt ein Bus. Nächste hinten. Was? Das ist der erste. Da hinten. Da hinten kommt noch einer. Müssen wir mal gucken, ob wir auf beide warten müssen. Aber die sind beide schnell durch. Die fahren sehr schnell. Ja. 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 Alles austrinken. Alles austrinken. So. Okay. Da schwimmt es ja. Die Flasche ist jetzt weg. Nee, ist hier. Oh ja. Wollen wir mal Wasser rein? Machen wir gleich noch eine neue. Wir brauchen noch welche. Wir brauchen jetzt mal hier. Jetzt gibt's mal Tank und alles was da braucht. Moment. Erst mach ich das nicht. Ja, dann muss. Das weiß ich nicht. Das ist super. Los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020